What's up Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Heroes of the Storm Platzierungsmatch. Ja, es ist das Vierte an der Zahl und ich muss sagen, es wird nicht das beste Spiel, das ihr von mir bis jetzt gesehen habt. Ich habe nämlich nicht meine alles geliebte Walla bekommen, nein, ich spiele Lily. So, und zwar hier, das Match ist ein bisschen länger schon her, ich habe nämlich das ein bisschen vergessen, ist schon, wie gesagt, länger her. Das erste Match, das ich euch als erstes Match präsentiert habe, war nicht das erste Match, sondern das hier. Holla die Waldfee. Okay, also, Lily. Ähm, ja, viel Liebe dieses Ding kann ich euch nicht sagen, ich weiß nur, dass ich, wie gesagt, nicht Walla bekommen habe. Und, ähm, dann auch nicht wusste, was ich da jetzt groß zocken soll. Wie gesagt, das Spiel ist schon länger her, ich weiß nicht mehr viel. Aber ist ja auch egal, das, äh, kriegen wir schon hin. So, dann wird es auch ein bisschen überraschender. Okay, Murky ist schon mal down. Ich muss sagen, ich muss sagen, Schwarzherzbucht ist generell eine der Maps, die ich nicht so, äh, ja, gut kann, sage ich jetzt mal. Ich bin irgendwie nie gut auf der Map. Ich weiß nicht wieso, weil, ich glaube, da kommt es halt echt nochmal mit Abstand am meisten, mit am meisten aufs Teamplay an. Da kannst du halt alleine wirklich nicht so viel reißen. Aber gut, ähm, zack, Murky, ah, Murky, ja, doch. Gut, haben wir rasiert, schön. Ähm, gucken wir hier auf Rolle. Lily, ja. Ähm. So, das blaue Team hier ist schön, äh, am, ähm, contesten da unten, damit hier ja keine Münzen abgegeben werden. Wir sind da schon voll am Start. Ja gut, jetzt flext ja alles weg. Zack, Kleiner, oh, kommt gerade noch so weg, Kerrigan genauso. Ich bin halt echt kurz vor down, okay, jetzt ist, äh, Kleiner auch am Tod, am Tod, ja, Kerrigan. Geht da hinterher auch noch gleich sterben, so, und ich, so wie es ausschaue, ah ne, ich überlebe es. Ich kann mich da noch retten, Abatur hat mir da noch ein nettes Schild gegeben. Warum auch immer der hier chillt, alter. Kann mir das mal jemand sagen? Ähm, na egal. Bin da weggegangen. Lass da kein Risiko eingehen hier. So, äh, Murky, derweil schon wieder fast tot. Äh, Kleiner und Kerrigan sind noch am Leben. Abatur sowieso. Abatur. Chilt zu seiner Basis. Äh, so, da haben wir, hat das blaue Team abgegeben. Ähm, dafür kriegen die aber auch eine ganz schöne Packung hier gerade. Also, Malfurion ist gleich direkt tot. Ah, da hat sich noch was versteckt. Warum tötet den keiner? Man weiß es nicht. Gut, ähm. Gut, Walla hat es noch erwischt. Kerrigan hat die schön weggeflext. Da müssen wir mal gucken jetzt. Ähm, wir holen uns jetzt hier noch die Dublonen. Laufen hier wirklich schön geschlossen als Team rum. Allerdings, äh, kommen jetzt hier von unten schon die nächsten, äh, Sonja und Walla laufen da über die Toplane. Wollen wahrscheinlich jetzt, äh, da einen Push starten oder das Camp machen. Man weiß es nicht. Auf der Botlane geht es dabei weiter. Äh, hier, Rexa ist übrigens das erste Mal, dass ich Rexa in dem Game hatte. Na gut, Kleiner. Äh, hat da noch einen dicken Heal bekommen, von wem auch immer. So, da haben wir schon wieder abgefrühstückt. Zack, und Rexa. Ah, nee, der überlebt's. Der wird da nicht sterben gehen. So. Mmh, hm, hm. Walla und Sonja dagegen sind da schön am Pushen. Und die Sonja klärt hier die Camps, um sich die Dublonen zu sichern. Für den Botlane dabei geht es weiter. Äh, klären wir hier auch die Camps. Gelagerungscamp. Und, äh, die, natürlich auch die Dublonen gleich direkt gesaved. So. Jetzt geht's weiter hier unten. Der Murky, ähm, ist schon mal am Start, dass wir hier abgeben. Wir haben allerdings, wer hat denn die ganze Dublonen? Ja gut, Murky gegen eine Sonja hat jetzt da nicht so viel Chancen. Der zerplatzt relativ schnell. Nevala, äh, wäre die da mit draufgegangen, wäre der sofort tot gewesen. Oh. Oh, ich muss schon wieder gehen, ey. Es ist schon wieder viel zu spät. Wir haben knapp zwei Uhr gerade. Unter der Woche ist mir egal. Ich dachte, ich muss einfach den Content jetzt produzieren. So, das müssen wir jetzt einfach machen. Weil, äh, ich meine, tagsüber hat man ja auch keine Zeit. So, also Rexha, äh, geht hier zusammen mit der Walla, beziehungsweise die Walla eher weniger. Die Walla geht noch ein bisschen farmen. Der Rexha schickt seine Misha ein bisschen, um den Murky zu, äh, penetrieren, ja. Ähm, wie gesagt, äh, Bären mögen ja bekanntlich Fisch. Von daher ist Murky da auch durchaus in der engeren Auswahl. So, jetzt gehen wir hier unten ab. Äh, der Abadour hat sich ein bisschen umplatziert. Warum ich da unten alleine rumlaufe, das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich hab keine Ahnung. Äh, ich war da generell ein bisschen mad, äh, glaube ich, dass ich, ähm, ja gut, die Walla, die lässt mich einfach laufen. Auch schön. Ähm, die pushen hier halt ordentlich rein. Ähm, was ich sagen wollte, die war, glaube ich, immer noch ein bisschen mad, äh, zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht meine Walla bekommen hab. Ähm, zack, da ist gleich der nächste gefallen. Hm, 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 ja. Und, wie gesagt, äh, der Murky, ich weiß nicht, warum man Murky spielt. Noch kein einziges Mal gesehen, dass jemand Murky gespielt hat und der wirklich einen Impact auf das Game hatte, beziehungsweise für's Team irgendwie von Vorteil war. So, ähm, ja. Äh, es hat sich jetzt gerade ein bisschen beruhigt. Hier unten geht's nochmal aufs Maul. Jetzt wird leider der Malfurion gecatcht anstatt der Sergeant Timer, wie ursprünglich geplant. Kleiner ist allerdings mitten im Team. Wird das scheinsteinlich mit Parkung kriegen. Ja, gut, Kleiner ist down. Äh, die Kerrigan, die hätte viel früher schon laufen können. Da bin ich dann zur Unterstützung hingelaufen, hab hier noch ein paar Heels ins Gesicht gedrückt. Und das blaue Team gibt schon wieder ab und hat somit auch jetzt dann safe die nächste, äh, die nächsten Abschuss parat. Ist natürlich nicht gut gelaufen. Ihr seht schon, das Spiel läuft jetzt nicht unbedingt zu unseren Gunsten. Ähm, ja, leider. Tja, da oben, gerückt aufs Maul. So, ist gleich weg hier. Die Walla, äh, immer noch schön am Farmen gegen den Murky. Ich weiß nicht, äh, ja. So, das war's dann auch schon. Da wird hier direkt eingerissen. So, ähm, wo bin ich denn? Hier. Zack. Alles klar, das Team läuft wenigstens hier geschlossen durch die Gegend. Jetzt hauen wir da, gehen wir da rein. Alles klar, alles auf Malfurion. Die wollen den Heilanschein kriegen, warum auch immer. Okay, Kleiner ist gleich down. Kerrigan stirbt. Okay, das war's dann wohl. War wohl nichts mit dem Kampf. Äh, Lili muss jetzt schauen, dass sie irgendwie flüchtet. Ähm, wobei Lili ich bin. Da läuft noch ein Orexa rum. Der kämpft sich hier schön in das, in diese Nische. Ist auch schön. Er hat übrigens diesen Ice-Skin. Ja, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Aber ich glaube, es gibt noch gar keinen anderen Skin für Orexa. Ähm. Ist trotzdem cool. So. Der Murky, äh, ja. Der stirbt gleich. So wie das aussieht. Der ist mir ein bisschen zu aggressiv hier. Oh. Der nimmt sogar noch den Rexha mit. Und den Malfurion. Also das war allerdings Kerrigans Verdienst. Und die ist tot. Da kannst du dann leider auch nichts mehr machen. So. Jetzt so ein Kleiner. Der pullt sich, äh, nichts. So wie es aussieht. Und ist tot. Alles klar. Ja, gegen, äh, eine Sonja. Äh, eine Sieged Sergeant Tamar. Und eine Waller würde ich jetzt auch nicht unbedingt reingehen. Auch nicht als Kerrigan. Und als Kleiner auch nicht. So. Da haben wir sogar noch die Dinger abgefrühstückt. Und hier unten ist maßenhaft an Münzen. Und da kommt der Kick von, äh, Sergeant Tamar. Die mir dann hier eine Breitseite verpasst, damit ich nicht an die Münzen komme. Das war eine, äh, bittere Sache. Ich werde hier auch, glaube ich, gerade ein bisschen geflamed deswegen. Das heißt, ich stream, oh mein Gott. Jupp. Äh, ja. Gut. Die Kerrigan, äh, läuft hier viel mit dem Kleiner rum. Ich weiß gar nicht, ob die pre-made waren oder nicht. Aber ist ja eigentlich auch zweitrangig. So. Äh, der Abortür hat sich schön in der Basis hinten versteckt. Ist alles cool. Mh, Lidi. Huh. Was ist denn los jetzt? Ich versuche da meine eine Münze abzugeben. Ich meine, eine ist besser als keine. So, wenn jetzt die, äh, Kerrigan auch noch abgibt, dann haben wir zumindest einmal, und das schaut ganz gut aus, den Abschuss, äh, vor uns hier. Ein kleiner Lichtblick, ja, am Ende des Tunnels, würde ich sagen. Uh. So. Da geht's ab. Dann wird hier das erste, die werden die ersten Türme plus Tor eingerissen. So, und die Kerrigan geht und mit meiner Unterstützung auf den Raxa. Der kassiert hier ordentlich, so wie es ausschaut. Geht die down? Jawohl. Alles klar. Das Camp könnten wir eigentlich jetzt auch noch gleich clean, wenn die schon ihre Ulti gezündet hat. Es sollte dann allerdings auch kein Problem sein, dies schnell zu clean mit einem Spiel-Support. So, hier unten, Murky versucht sich zu contesten, ist direkt zerplatzt. Ähm, die ganze Kiste geht schon wieder an das blaue Team, da können wir wieder nichts gegen tun. Kleiner battelt sich hier unten mit Malfurion, während sich Sonja da unten das Camp gegönnt hat. Ähm, die Kiste, die wird jetzt auch bald zu Fall gehen. Und somit hat das blaue Team schon wieder beide Kisten bekommen, was natürlich absolut... Ne, ja gut, der Kleiner, der geht sterben. Murky geht auch sterben, so wie das aussieht hier. Ähm, ja. Zack. Das war schon wieder ein Doppelkill. Mein Gott. Äh, was sollen wir machen? Und die geben schon wieder ab. Und das blaue Team hat schon wieder einen Abschluss parat. Also, es geht hier einer nach dem anderen. Wirklich. Putz. So. Ei, ei, ei. Währenddessen hier unten, Kerrigan schon wieder on Rage-Mode, will hier unbedingt auf den... Jawohl, hat ihn auch erwischt. Die Münze will sie dann anscheinend doch nicht haben. Na doch, hat sie sich gegönnt. Alles klar. So, ich versuche hier nämlich die ganze Zeit irgendwie so die Lily zu supporten. Äh, die Lily, als Lily die Kerrigan zu supporten. Klappt anscheinend nicht so unbedingt, äh, blendend, obwohl die Kerrigan schon ordentlich ausrastet. Ich muss sagen, die Kerrigan ist nicht schlecht. Lucky all. Da darf ich durchaus mal Props an dich aussprechen hier. Äh, ist Sonja jetzt auch tot? Äh, Kleiner? Naja, gut. Der ist ein Sonderfall für sich. Äh, genauso wie Murky, der Geiert hier schon wieder rum hat, anscheinend ein bisschen viel Hearthstone gespielt. Falls ihr es nicht wusstet, äh, das, äh, Karten-Mount von Hearthstone, Ha... Hearthstone, ähm, bekommt man kostenlos, wenn, also in Hotz kostenlos, wenn man, äh, in Heroes of the... Äh, boah, jetzt bin ich voll durch den Wind, Alter. So, das Karten-Mount bekommt man in Hotz kostenlos, wenn man in Hearthstone 100 Spiele gegen, äh, äh, gegen echte Menschen, echte Spieler, gegen echte Gegner gewonnen hat. Das heißt, äh, 100 Spiele gewonnen, ähm, mag jetzt nicht so viel klingen, allerdings ist das schon eine Hausnummer. So, Sonja battelt sich wieder mit Murky. Murky, muss ich sagen, ist echt ein Champ, den ich irgendwie echt nicht cool finde. Murky, ich, ich verstehe den Sinn hinter Murky nicht. Das ist einfach, der hat keine Leben, viel Schaden macht er auch nicht, ähm, ja, keine Ahnung. Gut, äh, wir haben uns hier unten das, äh, Camp gegönnt und jetzt geht's hier weiter. Jetzt kommt gleich wieder ein Teamfight, die Carrigan direkt in den Route gelaufen, ist natürlich nicht optimal. Leider kein Hook getroffen vom Kleiner. Ähm, hier wurde auch gepinkt auf Verteidigen. Ja, jo. Äh, Malfurion kurz zerflex, die Ulti war komplett sinnfrei von, äh, von, von Kleiner. Ja, hätten wir auch ohne Ulti easy bekommen und die hätte man sich durchaus für eine Waller oder so ähnlich, äh, gut und besser aufsparen können vor allem. So, das blaue Team hier oben schon wieder am Counter-Jungle, sag ich's jetzt mal. Und holt hier, äh, überall die Dublonen ab. Der Murky, der geiert einfach durchs Leben. Ich weiß nicht, was der hier macht. Zack, direkt tot. Ja, hab ich auch nicht anders erwartet, um ehrlich zu sein. Carrigan schön am Pushen jetzt hier mit dem Support von, äh, der, ich glaub das ist die Ulti von, äh, Abatour, ne? Dieser, dieser Hydralisk oder was das ist. Äh, genau. Kleiner und ich natürlich auch am Start und versuchen jetzt hier irgendwie da ein paar Gebäude einzureißen. Es klappt auch ganz gut soweit. Ähm. So, jetzt sollte man vielleicht versuchen. Ah, sie wollte, ah, schön, da hat sie sogar die Waller nach mir kommen. Äh, Carrigan jetzt, äh, jetzt zünde ich meine Ulti, um die hier zu saven. Aber es klappt nicht. Es klappt nicht, so wie ich das vorhatte. So, kleiner Down. Keine Chance. Abatour. Immer noch in der Base, schön. Und merke ich schon wieder so halbwegs am Pushen. Ich hab keine Ahnung, was der hier macht. Ohne Witz. Der spielt den größten Bullshit ever. Ever, ever, ja? So. Das Spiel geht noch fünf Minuten. Die Roten haben ihn vorzerstört. Die Roten haben ihn vorzerstört. Wo haben wir das zerstört? Da oben. Merki. Ja, der geht eigentlich die ganze Zeit nur ein bisschen. Kommt ab. Alter, der macht aber verdammt viel Schaden, sehe ich gerade. An Gebäuden. Ich weiß nicht, ob der... Ja gut. Und gegen eine Waller. Naja, wenigstens die Ulti gebaitet. Ist auch nicht schlecht. Äh, läuft bei ihm. Eins gegen eins gegen der Waller gewonnen. Das ist auch mal eine Ansage, würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, hier, jetzt kommt das aber allerdings das ganze Team. Die lassen sich natürlich nicht einfach ihre Gebäude zerstören. Ja, ist schon wieder full life. Ich glaub, Merki sollte ich mir vielleicht mal genauer anschauen. Ich hab keine Ahnung, was der Champ kann. Egal, mittlerweile haben die Blauen schon wieder genug Coins abgedeben. Galleonen abgegeben. Um uns hier, äh, zu bombardieren. Ist natürlich nicht geil. Kleiner und Kerrigan derweil machen hier schön das Camp. Und, äh, da oben kriegt Merki diesmal aber wahrscheinlich auf die Fresse. Da kann er sich wahrscheinlich nicht, äh, mehr gegenheilen. Obwohl er echt, ich muss sagen... Ja, das war's dann. Wenn er einmal gecatcht ist, ist er weg. So, ich versuch hier unten irgendwie zu deffen. Ich sollte vielleicht mal wieder zu meinem Team gehen. Aber irgendwie habe ich das Spiel auch schon mehr oder weniger aufgegeben gehabt. Äh, so. Jetzt haben wir diesmal, äh, haben wir es sogar geschafft, dass wir abgeben. Jetzt geht's allerdings weiter hier unten erst. Gucken Sie das mal an. Hier ist, äh, wir haben hier nur noch dieses vor. Und dann geht's hier schon zum Turm. Ist, ne, zum Turm. Zur, ähm, zur Base, zur Nexus, zu whatever. Ja, ähm, ist halt die Frage, ob man das noch drehen kann. Ich weiß es wirklich nicht. So wie's aussieht, ist gelb. Boah, Entschuldigung. Geht noch drei Minuten knapp, bisschen weniger. Ähm, und wir hätten echt noch viel vor uns. Also ich bin mir jetzt, ich bin mir nicht tausend Prozent sicher, ja. Aber ich glaube, das geht für uns nach hinten los. So. Ich hab nur, ich weiß nur, dass es nicht die beste, ähm, beste Partie meinerseits war. Ich habe auch gar keinen großen Fokus jetzt beim Commentary, ähm, bzw. beim Cast auf mich gelegt, weil meine Leistung einfach echt nicht erwähnenswert war. So, hier oben, ähm, blaues Team, schön als Gruppe am pushen. Rexa, schön am junglen. So, da gehen die Pings raus, hier. Deaths werden angecallt. Und jetzt geht's ab. Jetzt haben wir uns hier noch das Belagerungscamp gegönnt. Und ich, bzw. Äh, ja doch, eigentlich, Kerrigan und ich wollten pushen. Hätten wir auch durchaus machen können. Ähm. Das Problem war, weil, momentan schaut's, ja gut, die haben jetzt hier den Boss. Plus. Was ist das denn für ein Camp? Keine Ahnung. So, zack, kleiner, schon wieder down durch die Sonja. Der geht aber auch immer in ein und eins und, gegen eins Situationen, die er nicht gewinnen kann. Ich weiß nicht, was los mit ihm ist. So, gut, ich glaub, hier unten brauchen wir jetzt nicht weiter hinschauen. Da haben wir zwar das eingerissen, aber das war's dann jetzt auch. So, da oben ist natürlich hier am pushen der Boss, ja. Mit nem Murky am Start. Der Murky, äh, dodged hier schön den, 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 die Attacke vom, von nem Boss Creep hier. Und, ja, irgendwie, ich glaube nicht, dass das was wird. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. So, das war's dann auch jetzt. Das ist jetzt die letzte, die letzte Abgabe, glaub ich, gewesen. Ähm. So, das war's mit dem vor. Zack, jetzt geht's auf dieses. Und, ja, komm, das war's. Wir vergriechen uns hier nur noch in der Base. Da kannst du nicht mehr viel erwarten, sind wir mal ganz ehrlich. Das ganze Team hier schon wieder am Belagerungs-Creep klären. Äh, 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 ich muss sagen, die haben einfach wirklich viel besser als Team gespielt. Unser Team war, like, shit. So, Kleiner schon wieder tot, Kerrigan tot, komplett unnötig, dass die da reingegangen sind. Murky versucht jetzt hier 1 gegen 5 was zu starten, ist inzwischen nur noch 1 gegen 3, hat allerdings trotzdem überhaupt gar keine Chance. Äh, muss ich dann hier auch zurückziehen, leider. So, jetzt kommt allerdings eine Sonja und die will ihn haben. Die will den Fisch, Alter. Die will den Fisch zwischen ihren Beinen und erkennt sie nichts. So, jetzt kommt gleich der Pull daneben. Okay, vielleicht auch noch eine Chance für Murky. Ist ja auch egal, ähm, Great Pick, OP, yeah. Warum schreibt der Abba-Tour? Lilly, don't push with me. Es ist ein Abba-Tour, Alter. Vielleicht meint er den, den, sei der Ulti da. Naja, egal. So, ja gut. Jetzt wird hier einfach Sub pflückt. Naja, der wird abgefrühstückt. Und ich gehe sogar noch down. Schade, schade. Okay, dieses Match ging leider nach hinten los. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja gemeint, ich werde jedes Spiel hier, äh, euch präsentieren. Alles, was in der Heldenliga gespielt wurde. So, ähm, das war mein allererstes Ranked, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hoffe wirklich, dass solche Spiele in Zukunft nicht mehr so oft drankommen, weil zum Casten macht das auch keinen Spaß. Gut, schaut mal vorbei auf Twitch oder Instagram, äh, plus Facebook natürlich nicht vergessen. Äh, alles in der Beschreibung. Und, ähm, ja. Äh, ja, lasst mal ein Follower auf Twitch da. Dann werdet ihr mal sehen, wenn ich am Abend mal gediegen ein paar, äh, Opfer rasiere. Zerrasiere, ja. Genau. Ähm, ja. Könnt ihr immer gucken. So, ansonsten, äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und, äh, macht's ja fertig. Haut rein. Ciao.